Moment, bitte was? Ja, der ist neben dir. Ah, jetzt geht's schon wieder. Ah, ja, ja, das ist der Große, ja. Da sind ja schon drei. Ah, bitte was? Hier hinten sind nämlich auch noch zwei bei uns. Ja, wer denn? Auf Gottes Willen! Tschüss! Auf! Ja, der Vater ist bestimmt nicht lustig, dass er seinen Bruder kurz eben in der... Ich bin drin. Wie hätten sie die alle in 2A gemacht? Das Problem im Dunkeln ist, dass es ein bisschen schwierig zu arbeiten da draußen. Ich mache jetzt die Tür zu. Ja, nicht. Ja, das ist halt gerade sehr schwierig. Gut, dass ich noch Lebensmittel habe. Dass ich noch ein bisschen was an Zeugs da habe. Dass ich nämlich ja... Ja, wir haben jetzt kurz nach halb... Wie gesagt, nächste Folge ist hoffentlich der Links mit. Ist der Raffi noch mit gleich dabei. Dann sieht das ein bisschen entspannter aus. Sorry, wenn wir zu zweit halt ein bisschen, manchmal ein bisschen defensiver spielen. So, ich glaube noch irgendwie vielleicht. Ja, super. Okay. Sind sie weg oder laufen sie immer noch irgendwo da rum? Ich kann mal kurz gucken gehen. Ich gucke ja auch gerade. Ich habe sie da noch irgendwo stehen. Also halt, wie ich sehe, ist halt geradeaus. Aber sehen tue ich sie jetzt gerade nicht. Ich auch nicht. Ich habe sie jetzt nämlich gerade ziemlich nah hinter mir gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber er hat mich noch nicht angegriffen, ne? Ist nur hinterher... Ist nur hinterher gelaufen. Ne, der läuft doch da rum. Da links läuft er. Weil das rosa Fähnchen ist. Man hört sich nämlich noch. Ja, super. Ich habe auch einen Schrank gepackt. Ja, wir müssten eigentlich mal töten. Der läuft noch rum. Da rechts sprintet noch einer gerade durch die Gegend. Ach, die geben die beste Rüste. Der Dicke, der läuft da gerade da vorne. Ja, der läuft gerade in unserer Unterkunft gerade so ein bisschen durch die Gegend. Ja. Ich glaube, ich habe die Gebäude zerstören näher aus. Deswegen ist es egal. Nachwachsen nochmal an. Zerstören mal Gebäude erlauben. Nein, habe ich nicht. Also ich habe keine Gebäude zerstören. Ich kann dir keinen Schaden zufügen. Und die Wäume müssten eigentlich jederzeit irgendwie nachwachsen. Eine Weile nachwachsen. Der eine schleicht es gerade wieder sich ein bisschen weg. Wozu brauchen wir eine Seile? Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube für die, für den Pavion draußen noch, oder? Da sind noch ein paar Sachen zu machen. Das Pavion ist ja eigentlich fertig. Weißt du das gerade? Was denn? Äh, dieses Geräusch. Oder war das irgendwie wieder einer von den Heinis da draußen? Ihr fühlt ein Reefel? Ja, Reefel. Ja, Reefel und Holz und so. Wir brauchen insgesamt noch über 160 Holz. Oder fast 160 Holz. Aber wo gehört die Seile hin? Ich kann kein Fleisch mehr tragen. Also der komische Heini da ist weg. Also können wir nur Holz da hinten wegholen. Ja, sollten wir. Hier stumpft aber irgendwas noch rum. Ja, der läuft da hinten noch rum. Gerade zu. Also wo die jetzt... Was ist da? Wo ich da... Wo ich jetzt bin gerade zu. Der läuft ja noch rum. Könntest du den töten? Ist das irgendwie möglich? Ja, aber da brauchen wir dann entweder Modeltops oder ganz viele Pfeile. Und das hast du nicht. Ich hab zwar Pfeile im Modeltop, aber... Nicht genug. Das schon, aber ich bin nicht so gut im Zielen. Also ich würde... Naja. Ich würde sicherer leben, wenn ich weiß, dass der nicht mehr da ist. Das ist der Strategie, den ja von irgendwo oben anzuschießen und nicht rankommen. Der kommt doch mal zu. Und kommt. Der weg. Ich rüst mir so einen Bogen hier mal aus. Ich versuche mal, ihn von oben zu treffen, wenn ich die sehe. Der steht aber... Nene, der kommt doch von zu. Der schleicht gerade so ein bisschen auf uns zu. Der steht nämlich schon auf dem Steak vor der Tür gleich. Ich sehe ihn nicht. Doch, unter uns. Er steht quasi, ich finde... Jetzt... Er steht quasi... Darum, wo man ihn nicht trifft, ne? Er ist am Dach halt, ne? Also ich kann... Hier aus dem Fenster kannst du mich hier richtig treffen. Der steht hier direkt vor dem Fenster. Er geht dir gerade so ein bisschen auf und ab. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Aber ich will wohl nicht allzu nah am Fenster dran, ne? Naja, er geht nicht ins Fenster dran. Er geht halt nur auf und ab. Ist egal, weil ich glaube, der kann jetzt nicht die Tür zerstören. Der kann nicht das Haus zerstören. Oh Gott. Hast du? Ich beschieße ihn schon, ja. Ich schieße ihn schon, ja. Ich schieße ihn schon, ja. Ja. Ja, geil. Sauber. Keine Leute noch fragen. Ja, das ist doch gut gemacht auf jeden Fall, dass wir den Typen... ...den Typen getüttelt haben. Das war tatsächlich nicht so ganz... ...wo kann ich den denn jetzt aufhängen, hier? Ja, ich baue gerade eine Trophäe. Ja, ich baue gerade eine Trophäe. Ich habe das in den Hängen. Wo? Hier. Ich baue gerade eine Trophäe. Ja. Ja. Wir haben auch einen Boss gekillt. Haha. So. Dann kann ich weiter essen. Ja. 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 Das war... Wie gesagt, das ist nicht ganz unwichtig gewesen. Das war tatsächlich nicht so ganz unwichtig, dass wir den jetzt weg haben. Oh Gott, dann hinten noch mehr ein. Dann glaub's nicht. Hä? Hinten laufen immer noch welche zwei rum. Ja, aber das sind keine großen mehr, glaube ich. Äh, doch das sind große. Zwei große noch, okay? Jep. Ich meine, wenn wir sie wieder anlocken, ans Fenster? Wenn sie dann wieder zugucken... Ja, da... Ich wollte... Ja, okay. Ich sehe so. Wollen wir die wieder ans Fenster anlocken? Warum nicht? Ja. 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 Ich kann quasi töten. Das sind aber auch nur die zwei großen noch... Irgendwas kleines. Also... Ich glaub komplett laufen die gerade nicht. Äh, das sind ein paar auf jeden Fall. Zwei Minuten drei, vier. Warum auch immer du halt die Tür zumachst. Äh, ne. Es war nur die Wand. Ich wundere mich gerade, warum du sie aufgeschlossen hast. Als ich... Ich doch gar nicht. Naja, alles gut. Ich bin gegen... Äh, die Wand war das, wo ich hingelaufen bin. Diese eine Schrank, der steht irgendwie ein bisschen weit vorne, oder? Aber warum schon da steht? Ey, ich weiß noch nichts. So. Die haben sich jetzt fest gemeldet. Äh... Wie sieht das aus? Oh, ich lege mich drauf. Naja, ich würd jetzt ungern rausgehen, weil so... Vorbei das jetzt grad hell wird. Da kommt jemand an. Ich bin das diesmal. Also... Bis auf dem Stück bin ich jetzt gerade. Oh yeah. Ich denk nur, du bist oben. Nee, nee. Manchmal nicht. Oh geil. Wetter. Äh, Regen ist immer gut. Gut für die... Trinkstalle. Vielleicht verpissen Sie sich bei dem Wetter mal unsere... Die Freunde da. Ja. Oh, okay. Das war nichts wichtiges. Was... 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 Es gibt überhaupt keinen Sinn. Hier gibt es überhaupt keinen Sinn. Vielen Dank. So, sind die weg mittlerweile? Ich gehe mal gucken. Da läuft doch einer. Ich schleiche mich mal da ran. Ja, da links laufen drei. Bye. die singen oder so oder brummen oder brummen vor sich hin ich hab mir gerade den anderen baumstummbargen geklaut direkt vor den koloppelhallen ich hab mir den baumstummbargen geklaut den anderen da war noch ein paar baumstumme drauf direkt vor mir war dieser ganz große ich hab mich nicht mitgekriegt ja gut wenn manchmal sagen wir mal so wie erfahren darfst du die typen da nicht angreifen sondern wirklich zu blühen muss ja vor ruhe lassen dann passiert nichts normalerweise also garantie aber so was ich ein bisschen gelesen hab was war das da war gerade wieder ein schrei wir schreiten hier herum hörst du das nicht manchmal hört man das nicht wenn man weiter weg ist ich habe hier draußen gestanden wo der tür ich dann gerade bei der oben deswegen muss ich hier heute okay da war wieder irgendwo was darfst du den anderen baumstummbargen oder ist das in die falle gelaufen ne pass auf da kommt was rumgelaufen jetzt habe ich auch was gehört ja links von hier von uns der einzelne da ich tue mir jetzt einfach mal gerade gar nichts ich stehe wirklich nur vorher ich stand wirklich bin auf ihn zugegangen ich stand vor ihm rum er macht nichts also darfst du nicht der hat eigentlich glaube ich mehr angst vor uns hopp geh weg ja das sind die anderen die weißen sind die bösen der war weiß also so richtig weiß gemalt ja der war der wenn er hat der da auf dem kopf ich hoffe das war jetzt ich hoffe das war jetzt egal dass ich das hier weggeräumt habe gerade aber ich würde mich auch kein mal ein bisschen wieder weitermachen überhaupt sonst der freunde hinter dir läuft einer pass auf diese weißen meine ich die sind aggressiv ach ja ja den ist doch tot ja ja den hatte ich eben schon äh da habe ich auch schon einer dringend quasi jetzt weiß ich was du meinst ha den nehme ich mal mit zum knochen oh cool ich weiß schon mal irgendwo einen großen hm ich weiß schon mal irgendwo eine große ja die sind in richtung unserer base ja ich komme gleich ich komme zurück ne ich komme zurück scheiße ich wollte die abkürzung nehmen nicht ich weiß schon mal ja ich weiß schon mal Wobei der eine gerade auch in unsere Richtung schleicht. Aber der hätte nichts gemacht, wenn der nicht angegriffen worden wäre. Der ist nämlich auch nur auf ihn abgegangen. Der wurde jetzt aggressiv, als er angegriffen wurde. Dann war mir das einfach sicherer, dass ich die... dass man die weg hat. Ich bin gleich wieder da, ne? Ja, alles gut.